Na alle zusammen, hier ist wieder euer Chiland, was ich wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement-Guide präsentieren. Heute geht es mal wieder um einen Erfolg hier auf der Verbotenen Insel. Und zwar finden wir den einmal unter Erkunden und dann Dracheninsel. Und hier haben wir den Erfolg Bibliothek K der Insel. Und für dieses Achievement müssen wir folgendes machen. Sammelt folgende Bücher auf den Verbotenen Inseln nach dem Sturm. Nach dem Sturm heißt immer quasi mit Patch 10.07 und folgenden. Und ja, da haben wir jetzt insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Bücher insgesamt. Die ersten paar können wir auf der Verbotenen Insel an sich finden. Und die letzten drei, also Lebendiges Buch, dann Oper der Aspekte und Die Alten Götter und die Ordnung von Azeroth mit Randnotizen. Und diese drei finden wir in dem Gewölbe von Cisraka oder wie das Ding auch immer heißt. Und dort ist es ja so, dass die Räume sich immer verändern jede Woche, beziehungsweise von Cisra zu Cisra, die auch unterschiedlich sind. Und dementsprechend liegen die Bücher auch immer in unterschiedlichen Räumen. Heißt, da kann ich euch jetzt nicht genau sagen, wo die jetzt natürlich bei euch liegen werden. Ich kann euch nur raten, geht in das Gewölbe rein, benutzt eure kompletten Schlüssel, ich glaube 29 Stück kann man pro Woche benutzen und schaut in jeden Raum rein und guckt, ob da die Bücher liegen. Zwei von denen waren bei mir jetzt in der ersten Woche drin und die anderen 1, 2, 3, 4, 5, 6, die werden wir uns jetzt anschauen und werde ich euch zeigen, wo die sind. Und wie gesagt, die sind halt in dem Gewölbe drin, in einem von den Random Räumen. Gut, das erste habe ich schon, die Bürde des Lapisogasos oder wie der heißt. Und das zeige ich euch jetzt mal auf dem Twink. Und dazu bin ich jetzt hier in dieser großen Höhle drin. Wo befindet sich die? Und zwar, wenn wir mal rausgehen, haben wir hier oben, wo jetzt die World Quest ist, auf den Koordinaten 51, 59 den Eingang in dieses Elite-Gebiet rein. Und wenn ihr dann hier drin seid, dann müsst ihr einmal hier runterlaufen und hier in dem großen Raum ist dann hier auf den Koordinaten 52, 57 in der Höhle quasi das Buch drin. Und da seht ihr den Eingang und hier hinten bei diesen Dudes liegt dann das Buch drum. Das schimpft sich einmal Schreiben des Zauberverschworenen. Und jetzt gucken wir mal. Ich seht, ich habe hier noch nichts. Jetzt schauen wir mal, ob wir das im Combat rauslooten können. Mal hier, tun wir sie mal desorientieren. Und tada, da haben wir es gelootet und ihr seht, jetzt haben wir das erste Buch hier quasi eingetütet. So, jetzt gehen wir mal Shadowmelt und hauen mal ab mit meinem Twink, weil der ist hier nicht sonderlich gut equippt. Und ja, aber zum Demonstrieren wollte ich es hier nochmal aufsammeln. Das habe ich mit dem Main am Anfang quasi schon einmal mitgenommen. Gut, soviel zu dem Teil. Jetzt stellen wir den kurz in Sicherheit und dann kann ich jetzt mit dem Main euch die anderen alle noch zeigen. Dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar befinde ich mich jetzt hier in diesen Ruinen auf den Koordinaten 57, 63. Und dort drin haben wir dann ein paar gegnerische Viecher hier, die mich angreifen wollen. Und ihr seht, da hinten auf dem Tisch haben wir dieses Buch. Also sprich, wir sind jetzt hier in der zweiten Etage. Unten geht es der Eingang. Und da hinten haben wir dementsprechend dann das Buch liegen. Damit haben wir das nächste abgehakt. Irgendwie packt das jetzt hier immer. Also Expeditionsnotizen, die haben wir jetzt einmal uns geholt. Dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar haben wir hier das Weitschuppenmanifest. Und da sind wir jetzt einmal in dieser kleinen Nagerhöhle drin. Hier unten seht ihr es. Da müssen wir rein. Und, warte mal, ich kann es euch mal zeigen. Also ihr seht, hier sind diese mehreren Eingänge. Und hier an der Ecke, also da haben wir den Rare drin. Und hier gegenüber an der Ecke liegt dann hier dieses Weitschreiten, Weitschuppenmanifest so rum. Und wenn wir jetzt hier reinklicken, seht ihr, haben wir das nächste. Ein Lead der Tiefen ist dann der Unterpunkt, der hier abgehakt wird. Dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar wollen wir jetzt einmal in ein Gewölbe rein. Ich bin jetzt hier auf den Koordinaten 60, 38. Und hier hinten drin ist einmal ein Tagebuch des Soldaten. Und ja, da werden wir jetzt einmal rein stealfen und uns das holen, dass ihr das so ein bisschen besser seht, wo wir da genau reinlaufen. Also wir sind jetzt quasi hier außen los. Und dann müssen wir ganz nach hinten rein. Dann quasi hier nach rechts. Ihr habt ja gesehen, die Items, die wir aufklauben, die heißen immer ein bisschen anders als der Unterpunkt, der hier drin ist. Halt, das ist die falsche Tür. Müssen wir noch eins weiter. Und quasi da hinten drin haben wir es. Tagebuch. Und wenn wir das looten, dann haben wir hier einmal Tagebuch des Soldaten. Oh, ich sehe gerade, ich kann das sogar in Stealth aufmachen, ohne da raus zu fliegen. Wunderbar. Gut, jetzt wieder raus und dann zum nächsten weiter. Dann sind wir relativ weit oben am nächsten Spot. Und zwar über dem Gewölbe an dem Turm auf den Koordinaten 61, 33. Und dort haben wir dann ein Foliant, der heißt Wirkulfoliant. Also ich zeige es mal. Wir sind hier quasi ganz oben an diesem Turm. Klicken wir das einmal an. Und dann haben wir hier Wort des Würmtöters oder Töters im Plural. Und jetzt haben wir nur noch Rückkehr des Nachtsturms. Das andere, hatten wir ja gesagt, ist einmal im Gewölbe drin. Gut, dann sind wir am letzten Spot. Ihr seht, ich bin jetzt hier auf so einem kleinen Piratenschiff. Und das ist relativ weit außen. Hier oben auf den Koordinaten 34, 8. Und dort haben wir dann dementsprechend das Letzte, was wir auf den Inseln holen können. Und ja, wir müssen dann einmal quasi in das Boot rein. Und hier einen Ticken um die Ecke. Und dort haben wir dann dieses Piratenbüchlein. Und wenn wir das aufmachen, dann kriegen wir Rückkehr des Nachtsturms. Und jetzt seht ihr, da haben wir alle bis auf die alten Götter. Und wie gesagt, die kriegen wir dann noch einmal in der Instanz hier. Beziehungsweise in diesem Gewölbe von Zerax oder wie das Ding auch immer heißt. Und ja, dann sind wir aber jetzt zumindest mit dem Achievement soweit durch. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Wenn ihr noch offene Fragen habt, dann gerne damit in die Kommentare. Und sonst sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Euer Tilla. Bis dahin. Ciao.